Peanut, Peanut, Stunk Uff Uff, Ehre genommen WAH! Das ist gar nicht gut Oh mein Gott Alter, wo, wo, wo Wo, wo, wo Ja ne, tschüss ne Die heilige Erdnuss Die heilige Erdnuss Heilige Erdnuss, Willi Es stimmt Oh Gott Oh Bist du gerade gestorben? Ne, Peanut, ne Peanut, ne, oder? Oh Gott Wer war Peanut von Scheiss Das ist voll Ja Was Ja ne, bist du ja eigentlich komplett retaliiert Ja, das Ding ist, ich habe vergessen, dass halt Peanut nach vorne hin halt ein bisschen größer ist Und, naja Digga, ich wollte Oh scheiss, Mann Mh Oh, der kommt dann wird nicht geresettet Oh fuck Ach Knapp AAH Warte, warte auf mich, warte auf mich, Kollege Ja Ja Oh Gott, hast du die Arme gerade gesehen? Ja Wieso triggert der denn nicht? Falsche Richtung, falsche Richtung, Kollege Ja Ja Wo seid ihr denn? Ich meinte, die New York aufhalten, aber jetzt geht's eh nicht mehr Wir sind drauf, wie die New York sterben können Naja Ah, nein, du kannst Ah Ja, ich bin eh draußen 5 4 3 2 1 1 Boom Wow, Alter, richtig wie du bist Teamplay Hey, wieso haben wir jetzt Kasti? Neulich Doch, dann hättest du mich nämlich verfolgt, weil ich direkt beim Exit war Du hättest mich, du hattest mich zwar nicht gesehen, aber Doggo hätte mich gesehen Lol, wo bin ich denn jetzt gelandet? Exit A? Teleportier mich mal kurz zu dir, wo hast du denn gegründet? Ja, da wo du durchgegangen bist, genau da war ich und da hab ich mich unter der Oh mein Gott Ah, warte kurz Ah Doggo Wo denn? Ah Oh mein Gott, Doggo, wieso erschreckst du mich so? Du rennst einfach so aus dem Nichts an mir vorbei Alles klar, ey, hier ist das SCP-Logo, guck mal Ah Warte Süß, ja, warte Ja Hä, gibt es zwei SCPs? Hä, als ob man da durchfällt Ey, guck mal, ich hab noch nie mein ganzes Leben da hochgeguckt Warte, ich möchte gern was sein, was da durchgucken kann Es ist scheiß nix zu sehen Lol Ey, ist das so Chaos durchfährt? Ach, nein, 14 endlich Warte, ich guck mal Nein Chaos fährt doch die an Chaos fährt doch durch die andere Seite Warte Loil, spring mal hier runter Ja, es wär nett, wenn du Könntest du mich auch vielleicht Weiß es Es sind ja, warte, ich kann kurz aber sagen Es gibt ja einen D-Boy Das bin ich Guck mal, wenn du da runterguckst, siehst du einfach, dass diese Wand einfach nur 2D wäre, als wenn man so ein Kinderzimmer wie einfach so eine Tapete aufhängt würde Jo, ne Siehst du es? Ja, ich seh es Ich spring mal kurz runter Weeeee Bist du tot? Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, man landet meistens dann in der Facility oder so Ich schwinge nicht Ich schwinge nicht Ich schwinge nicht Sich erstmal schwarz Ich seh nur Black Screen, ich seh auch grad Black Screen Ähm Ich lebe aber noch Ich höre nicht, ich hab dich grad laufen gehört Hallo? Ich bin irgendwie disconnected Nein Disconnected What? Was hast du gemacht? Alter, ob das zu viel für den Server gerade war Was habt ihr gemacht? Alter, ich hab An die Guards gewonnen Lol Ah, lol Alter, das grad wirklich zu viel für den Server war Kann eigentlich nicht sein Ja, wobei Das passiert Wobei, vielleicht doch Weil wir beide ins Nichts gefallen sind Fuck Ha Das ist schlecht Wir werden sehen, wer hier inkommen wird Wir werden sehen Wir werden drauf sehen Okay, das ist nicht rausgegangen Okay, das ist nicht rausgegangen Hast du markieren, falls er mich einfängt? Er hat mich eingefangen Ja, ja, aber weißt du, wo's rausgeht, oder? Ja, lol Also bis jetzt hab ich's noch nicht rausgefunden Nein Haha, tschau Alter, was war das denn? Ja, man Der ist schon ein bisschen weiter weg Komm, wir schießen ihn einfach ab Scheiße Gut, das ist jetzt blöd gelaufen Nein Ja, scheiße Nein, ich dachte, er schafft es nicht Ich meine, er hat immer viele Leben Oh mein Gott Oh, ich schätze, wir sind gleich tot Ich meine, sie sind ja aufgeschreit Das war nicht normal, wie die da in der Luft waren Das war nicht normal Das war wirklich nicht normal Da ist SkyGuy Oh, SkyGuy Tastentypen Wen? SkyGuy Ich denk den einfach mittlerweile die ganze Zeit so Was macht der denn genau? Also, hä? Der SkyGuy macht Minecraft SkyGuy macht so, ja, Trollkiddy, äh, hier, Cloud, weiß ich was, so und so viel Euro Ah, kleine Kinder abzocken Trollkiddy legt den Server Hey, kleine Kinder abzocken, das macht er auch, ja Alles mögliche Achso, hat der einen Kanal, oder ist der hier auf dem Server, oder was macht der jetzt, hä? Ne, der hat einen Kanal, der ist ein YouTuber Achso, achso Und das ist halt alles fake Und das ist halt alles fake, ja Und das ist halt alles fake, ja Er, also Bis auf das Kinder abzocken, bis auf das Kinder abzocken Er zockt, er zockt Kinder ab mit Geld Sagt ihnen, dass es besser ist Und dann ist es eng Haha, das ist das? Tch, lol Tch, lol Ja, moin Ja, moin Nein Suiziiiid Wooo Chase McKay Hello Oh mein Gott, das war aber über 8 Achso, das ist der Übersicht Achso, das ist der Übersicht Lol, 9 Und 2 Neue Vielleicht kommt der Bird, dann haben wir 10, das wärs ja, ne? Chase McKayne Ja, für wie viel ist der Server nochmal? 12, gell? Ist nicht Chase McKayne der eine Ferrari, oder was auch immer das ist Das ist halt der McQueen, glaub ich Also, hey, das ist auch so aus Legos Spiel, oder? Oh, 10 Ja, genau, Legos sind hier an der Cover ERA, Alter Legos sind hier an der Cover, Junge Achso, das ist Boi, Junge, wie viele Spieler haben wir jetzt 1, 2 Hey, McCain 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mann Ey, Opa ist der König Jamol, wessen Squad hier Der Alex ist schon ein kleines Kleines Dreckskind Nice Alex ist schon ein kleines Dreckskind Dann sag ihm das Wenn wir keine Waffe haben, dann dürfen wir die nicht erschießen, so laut Server-Regelwerk so vorgeschrieben Dann sag ihm das mal, weil der macht das einfach gerade Los, der Alex McCain, äh nicht Alex, der Alex 2-2 weiß nicht was Und der Server ist abgeschmiert Der ganze Server? Also nicht nur ich Ja moin, Digga Weil? Loin, ich war stuck da drin Ach, hier Was? Was ist denn viel für Arme, Mann? Chase, du bist doch mein Zombie, oder? Ja Ich hatte Disconnect Ich hatte Disconnect Ich hatte Disconnect Ja, moin, alles klar Dann, ja Okay, dann, ja, das jetzt machen Ich glaube, ich hab abgekackt Weil Disconnect Weil, weiß nicht Naja, jetzt weißt du nicht Ich hab immer unter das Bett geschissen Ah Moin Moin Hör mal Ich hab ein ganz süßes Ich hör den Zaun sich gleich mal lieber, vielleicht Ich hoffe, du kommst nicht rein Ja, es war so, klar Nein Ja Das hat schon mal so geklappt Mama Mia, das geht auch nicht Ach, Junge Kater Ja, schön, du bist wieder unsichtbar Yeah Wir werden alle sterben Wir werden alle sterben Ja, ja Ja Das ist die Scheiße, wenn man Ah, kacke Ja Die Sirene geht aus Die Ehre mit Sirene Was soll ich mit euch? Ich hab, ich hab gewonnen Warum steht da schon wieder Not Translation? Ich hab gewonnen Ey, warum steht Not Translation? Ich hab gewonnen Ich hab einfach gewonnen Komm mit, ich weiß, was lang geht Jo Wann hab ich das letzte Mal Lego City an der Cover gezockt? Meine Fresse Bei mir ist es auch irrsinnig lange her Ja Ja Also das Gate ist offen, ne? Nice Das war's dann mal wieder, ne? Was? Was? Falsch Ob, Digga Yay Yay, 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 ich komm mit Mikro, ich komm mit Mikro, yay, yay Wer, wer war eigentlich hier oben und ist nicht rausgegangen? Boah, große Klammeraufnahme, große Klammer zu, geiler Name Was? Da ist jemand groß 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 Da ist genau so gut wie Doppelpunkt Klammerauf Ja, ja, aber das finde ich noch besser immerhin Das ist schon fast einfallsreicher Und dann hat er seine Deckelphase, dann hieß er Doppelpunkt Klammer zu Was? Dann hieß er Doppelpunkt Klammer zu Oh mein Gott, ich hab noch ein Stück von euch gefördert Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab so verkrankt Ich hab gedacht, dass der einen Schiff überlebt Okay